und willkommen zurück zu daisy in berizino endlich mal wieder elektro war ja unerträglich was die hacker an hallo angeht habt ihr den vordereingang im blick meine steier ist weg haben sich die hacker geschnappt ich hoffe dass ich den server rechtzeitig runtergefahren habe aber ich bin schwer bewaffnet hier alles und ich bin weiß was bist du kannst du das mal wiederholen schuhe schreibt don't be afraid don't believe him he is killer he is he is a killer patrick wakenscheid hey don't run away oh we have to shoot we only want to talk weggerannt nee der steht da noch ich habe schiss dass er einfach mal schießen oh be careful be careful hey oh nice do you need something food okay all right what are your plans for today i don't know schreit da ja hat schiss ne daisy is a great experience with a microphone why do you don't have one ich bin immer so ja ja ist wichtig ist wichtig das ist natürlich auch eine geile antwort ich kann nie das ist eine sehr gute Explanation ich verstehe das ich verstehe ich habe einen weil ich habe einen aber ich wollte es nicht nur weil ich sage hey man do you know youtube ja lol so why not do you want to see on youtube how you die Oh, be careful, he's serious. You wanna see on YouTube how he dies? Watch out, watch out, watch out, man. Oh, watch out. Der ist in die Polizei rein. Warte, warte, es kann sein, dass das sein Kumpel ist, ne? Kann auch sein, der rennt jetzt weg. Was machen wir? Töten? Nein, oder? Weiß nicht, wo ist denn da hin? Medic, Medic, Medic. Nein, Mann, warte. Oh, ich werd' beschossen. Fuck, fuck, von wo? Ich hab' keine Ahnung. Ich geh' in die Special House, ich muss mich verbinden. Ich hab' leider nichts gehört, von wegen Schuss. Ähm, ah, jetzt läuft er Richtung Polizei. Das war mit Sicherheit sein Kumpel aus der Polizei rum. Das kann gut sein, ja. Gut, der hat uns verarscht, alles klar. Oder aber, der hat ihn halt gesehen und das ist nicht sein Kumpel und er hat selbst Schiss und ist geflohen. Oh, ich hab' ne Fracture, ich krieg' die jetzt weg. Der ist schon gerannt, der ist schon gerannt, bevor der kam, ja, irgendwie. Bei der Polizei ist er einer. Auf ihn hat keiner von euch, ne? Kann mir jemand Sticks besorgen? Ich hab' nur einen Hammer und keine Axt. Ja, warte mal kurz. Rennst du gerade da rum? Mhm. Tankstelle ist einer. Das sind drei, Alter! Yeah! Kein Scheiß, Alter. Wer ist das hier, Patrick? Achso, das ist dein. Äh, ja, das bin ich kaum wieder zu erkennen, ne? Ich weiß nicht, hast du ihn getroffen oder ich? Ich hab' keine Ahnung. Du hast ihn glaub'n. Ich hab' einfach reingeballert. War mir auch egal im Endeffekt. Aber da waren noch drei, ne? Da waren drei, ja. Der Sticks wär'n schon Premium. Ja. Oder der Busch oder so. Nur mal eben schnell, zack und... Ja, es ist schwerer. Von mir aus gibt mir die Axt. Ich hab' auch keine Axt. Bro. Ja. Nur mal um Zeichen zu setzen. Du meinst... Sticks for Bros. Und nicht für Hose. Achso, was? Das war'n Witz. Wo ist denn das Zeichen, Alter? Ja, hier. Ah, geil. Tankstelle ist einer. Meinst du, kann ich den mit der Repeater von ihr treffen? Ist der Repeater genau? Nice, man. Thanks. Schaff' mal schon. Sie sieht scheiße aus, Alter. Hätt' dich ganz schön erwischt. Für die Info. Die rennen... Die rennen zu dem roten, großen Gebäude da vor uns hin. Ja, die wollen über die Mauer spotten. Ja, glaub' ich auch. Oh, shit. Das waren nur zwei. Der dritte ist noch irgendwo... Ja, lass mich alleine, genau. Der dritte ist noch irgendwo... eben nirgendwo, weißt du? Nee, da ganz links läuft auch noch einer. Richtung Konzeener. Fuck, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Jo. Nice one. Die Frage ist nur, wer ihn gehabt hat jetzt? Ist egal, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Doppelkill. M-m-m-m-m-m-m-altig. M-m-m-m-monsterkill. Okay, ich bin wieder am Start hier. Bisschen gegraut, aber wir werden doch alle mal älter. Ähm, ich fänd's natürlich immer ganz gut, wenn wir's schaffen, solche Leute zu looten. Wir müssen erstmal die anderen zwei töten, bevor wir was looten. Alter, wer glitscht hier über die Straße? Ich bin jetzt wieder an der Mauer. Bei der Polizei. Bist du vorne an der Hauptstraße gerade lang gelaufen? Ja, ja, ja. Ich bin jetzt bei der Polizei vor der Polizei, ne? Hat noch jemanden Shotgun-Muni? Boah, Alter. Ich hab gar nix. Gut ziehst du noch Shotgun-Muni? Jo, kommst du mir, Bro. Wo bist du? Polizei, Polizei, Polizei. Vor allem im Haupteingang. Polizei, Polizei, ich hab nämlich keine Muni mehr. Drop, 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 drop. Drop, drop, drop your weapon. Dankeschön. Geil. Ich hab noch einen 10er Pack als Reserve, aber... Ja, so ist das hier mit den Bros. Zack, sofort ist man wieder dabei. Ja, sofort ist man versorgt. Das ist natürlich sehr nice. Gar kein Problem. Unser Zusammenspiel ist einfach Hammer. Aber nochmal, ich würde ganz gerne schon mal gucken, ob wir den vielleicht looten können da hinten. Ja, geil. Ja, stopp, stopp. Gleise, Gleise, Gleise vor uns. Gleise. Komm mit der Axt auf uns zu. Komm mit der Axt auf uns zu. Nix hello, man. Oh, who are you? Ich werd getroffen. Oh nein, da war noch einer, man. Bro, Achtung. Mosin. Achtung, Achtung, Achtung. Scheiße, man. Von wo, Luzi? Aus Richtung Gleise? Von der Mauer da hinten hab ich die Mosin-Schüsse gehört. Ja, Gleise, so die Ecke. Das war natürlich. Bro, bist du das? Ja. Liegst du vor mir? Ja. Oh shit. Oh shit. Wo ist denn der mit dem Rucksack jetzt hin? Da. Das war unüberlegt von mir. Oh shit. Alter, sag mal, ist der mit dem türkisen Rucksack gar nicht unsterblich oder was? Oh fuck, jetzt axtet der mich auch noch hart. Was geht ab mit den Leuten? Na gut, es ist ja klar, dass der jetzt axtet. Schießt du da, Patrick? Ja. Ich bin blind, Alter. Hinter mir hat einer hingelegt. Ob die Polizei safe ist? Das Problem ist, dass der eben gerade gar nicht aufgehört, da zu schießen. Was war denn das für eine Scheiße? Meine Damen und Herren, willkommen in Novo. Scheiß, ich verschritte. Kurzer Schnitt hier. Achso, somit ein Folgenende heute oder was? Ja, weiß ich nicht. Eine Hütte. Ne, warte mal. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich mein ganzes Leben lang schwarz gewesen wäre und jetzt nicht mehr? Hier nämlich. Siehst du? Patrick ist nämlich, und ich glaube, das haben wir das letzte Folge eigentlich gezeigt, oder diese erst. Weiß. Warum bist du weiß? Weil du in Vybor gespawnt bist. Genau. Und da habe ich gleich so viel mitgefunden, dass ich gesagt habe ... Also, ich laufe einfach durch. Es hat jemand gefragt, ob die explodieren, wenn man da drauf schießt. Bist du behindert? Bist du behindert? Ja, ich würde sagen, Patrick erholt sich ein bisschen im Geiste. Und dann sehen wir uns morgen um 20 Uhr wieder. Und zwar auch zu dritt. Juhu. Bis dahin, Leute. Auch mit Luzi wieder. Hier physisch in Desirial am Start. Tschö. Tschö.